Willkommen in unserem Zuhause. Entdecken Sie die Welt von Villa Helvetia. Charakter, Freundlichkeit, Ruhe und Charme machen die Residenz Villa Helvetia zu einem ganz besonderen Versteck, das seinen Gästen Komfort, Qualität und eine verträumte Wohlfühlatmosphäre bietet. Villa Helvetia liegt inmitten Merans Wildenviertel in Obermais, ganz zentral gelegen. Unsere Jugendstilvilla ist von einem weitläufigen schönen Garten umgeben, der zum Verweilen und Entspannen einlädt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Villa Helvetia wurde im Jahre 1896 von Gräfin Maria Silfried erbaut. Nach einigen Besitzerwechseln erwarb Familie Brunner das Anwesen im Jahre 1976, welches seitdem als Residenz- und Apartmenthaus geführt wird. Unser Haus verfügt über insgesamt neun Apartments in zwei verschiedenen Größen, teilweise mit Balkon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die zentrale Lage von Villa Helvetia macht unser Haus zu einem idealen Ausgangspunkt für Ausflüge und Spaziergänge. Die Altstadt sowie die meisten Sehenswürdigkeiten sind nur einige Gehminuten von unserem Haus entfernt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Somit grüßen wir Sie herzlich und freuen uns, Sie in unserem Hause willkommen heißen zu dürfen.